Das ist doch scheiße, ne? Viele Leute haben gesagt, ein Playbink ohne Bass ist eigentlich auch viel besser, aber so, egal. Also, das ist halt so, ne? Ich erinnere mich noch damals, als wir in Maracanã ein halbes Jahr am Stück gespielt haben. Da habe ich mir auch sechsmal das Gebiss rausgehauen am Mikro, genau. Da hat bei so einem Tanzschritt, wo Jan in der Luft über Kopf einen Spagat gemacht hat, ungefähr 30 Sekunden, sich nur um sich selbst gedreht hat. Ich fände es cool, aber es ist jetzt doof, wenn du die Gitarre in der Hand hast, ne? Das ist irgendwie doof, ne? Ja. Hast du gesehen? Mach doch mal, mach doch mal. Mach doch mal. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie oft Leute denken, Jan hat sich gar nicht gedreht, über Kopf und Spagat. Aber in Wahrheit ist er natürlich so schnell gewesen, dass das normale menschliche Auge das gar nicht erfassen kann. Aber wir haben heute Abend einige Greifvögel im Publikum, die können das genau erkennen. So, ich hoffe, ihr habt genug Zeit für Schonden. Super. Ja? Wie war das? Das hat ja geklappt, wie Arsch auf einmal. Okay, dann können wir jetzt ja spielen. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020